Und nun kommt wieder Felix Müller zu uns als armer Wettestudent aus Karl Müller-Koske-Brette und erzählt uns als Frauenexperte mit Erfahrung aus ganz Europa, dass es halt die schönsten Frauen mit Sicherheit nur in Polen gibt. Felix Müller. Ich kützte Wandschen zahne Mande, studierte die Pariserin. Ich kützte Wandschen zahne Mande, in Deutschland und allmählich. Ich stelle Frauenexperte zu üben, die nachher uns vor dem Spanit. Ich kützte Wandschen zahne Mande, in Deutschland und allmählich. Ich kützte Wandschen zahne Mande, in Deutschland und allmählich. Musik 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 Vielen Dank.